Der Wettbewerb um die Coupe de France in der Saison 1958-59 war die 42. Ausspielung des französischen Fußballpokals für Männermannschaften. In diesem Jahr meldeten 1168 Vereine. Titelverteidiger war Stade Reims, der in diesem Jahr nicht über das Achtelfinale hinauskam. Die Trophäe gewann der Traditions Club Le Havre Athletic Club. Dies war sein erster Pokalsieg bei der zweiten Final-Teilnahme seit 39 Jahren. Es war zugleich der erste und bis heute einzige Gewinn der Coupe de France durch einen Zweitdivisionär. Endspielgegner FC Socho Montbelliard stand in seinem zweiten Finale. Anders als im Mai 1959 hatte Socho das Stadion 1937 als Sieger des Wettbewerbs verlassen. Neben dem Pokalsieger stieß mit dem FC Metz noch ein weiterer Verein aus der zweiten Liga weit vor. Musste sich im Viertelfinale dann aber ausgerechnet Le Havre beugen. Erfolgreichster Amateur-Club war der drittklassige SC Draguignon. Der, gleichfalls gegen Le HAC, erst im Achtelfinale ausschied. Zuvor hatte er, wie auch der Viertligist Esboli, immerhin eine Mannschaft aus der Division 1 besiegt. Nach den von den regionalen Untergliederungen des Landesverbands FFF organisierten Qualifikationsrunden griffen ab der Runde der letzten 64. Mannschaften auch die 20 Erstligisten in den Wettbewerb ein. Spiele fanden grundsätzlich auf neutralem Platz statt, darunter auch fünf im französisch beherrschten Algerien ungeachtet des dortigen, erbittert geführten Unabhängigkeitskrieges. Für das 32. Finale legte die Pokalkommission der FFF die Ansetzungen fest. Um ein frühes Aufeinandertreffen zweier Erstligisten zu vermeiden, ab dem 16. Finale wurden die Paarungen frei ausgelost. Endete eine Begegnung nach Verlängerung unentschieden, wurden so lange Wiederholungsspiele ausgetragen, bis ein Sieger feststand. Davon war in dieser Saison sogar das Finale betroffen. Zum dritten Mal nach 1925 und 1943 musste ein Endspiel wiederholt werden. Und beide Finalisten hatten bereits im 16. Finale je drei Matches benötigt, um weiterzukommen. 32. Finale Spiele am 11. Wiederholungsmatches am 15. und 18. Januar 1959 Die Vereine der beiden professionellen Ligen sind mit D1 bzw. D2 bezeichnet diejenigen der landesweiten Amateurspielklasse mit CFA, die höchsten regionalen Amateur-Ligen als TH bzw. PH. Sechzehntel Finale Spiele am 1. Wiederholungsmatches zwischen 5. und 18. Februar 1959 Achtelfinale Spiele am 22. Februar Wiederholungsmatch am 5. März 1959 Viertelfinale Spiele am 29. März 1959 Halbfinale Spiele am 12. April 1959 Finale 1. Endspielspiel am 3. Mai 1959 im Stade Olympique Ive du Manois in Columbus vor 50.778 Zuschauern Le Havre AC FC Soho 2 zu 2 N. V. Mannschaftsaufstellungen Auswechslungen waren damals nicht möglich Le Havre AC Christian Willen A. W. Kassem Hassuna Albert Iloy Jean-Louis Lagardeck Jacques Meier Eduard Salzborn Jean Saunier Jacques Ferrari André Strappe Hutzine Buschache Fred-Erik Dumbe Trainer Lucien Jass Aaron FC Soho Raymond Bartheme Pierre Lubrano André Masimann Lucien Mille Georges Bu Josef Tellehi Samuel Edimo Ingwe Brod Julian Stoppura Zasper Donkle René Gardin Trainer Gabriel Gabi Dormois und Paul Wattel Schiedsrichter Jean-Louis Grappi Tore 1 zu 0 Ferrari 1 zu 1 Iloy 1 zu 2 Gardin 2 zu 2 Buschache Wiederholungsspiel Spiel am 18. Mai 1959 im Stade Olympique Ive du Manois in Columbus vor 36.655 Zuschauern Le Havre AC FC Soho 3 zu 0 Mannschaftsaufstellungen Auswechslungen waren damals nicht möglich Le Havre AC Christian Willen A.W. Kassem Hass Una Albert Iloy Jean-Louis Lagardeck Jacques Meier Eduard Salzborn Valentin Navarro Jacques Ferrari André Strappe Hutzine Buschache Fred-Erik Dumbe Trainer Lucien Jass Aaron FC Soho Paul Wende Pierre Lubrano André Masimann Lucien Mille Georges Bu Josef Tellehi Samuel Edimo Ingwebrod Julian Stoppörer Raphael Delechi René Gardin Trainer Gabriel Gabi Dormois und Paul Wattel Schiedsrichter John-Louis Groppi Tore 1 zu 0 Meier 2 zu 0 Dumbe 3 zu 0 Navarro Besondere Vorkommnisse Im ersten Endspiel erkannte Schiedsrichter Groppi ein Tor von Soho Halbrechte Ingwebrod nicht an Es wäre die 3 zu 2 Führung gewesen Weil er in den Schuss des Schweden hinein die erste Halbzeit der Verlängerung abgepfiffen hatte Le Havre-Spielführer André Strappe hatte bereits 10 Jahre zuvor mit dem OSC Lille in seinem ersten Pokalfinale gestanden 1953 und 1955 holte er sich mit den Nordfranzosen dann auch seine ersten beiden Trophäen in diesem Wettbewerb Schiedsrichter Groppi